Und es endet doch in der Bar. Tillmann, Marie, einer ihrer Mitbewohner, Ronny, der mir gegenüber auch langsam aufzutauen schien, und ich ließen uns mit einer Menge Bier, Wasser und einer Stereoanlage auf dem Dach von Maries Haus nieder, nachdem wir schon Strom und ein paar Decken hinaufgebracht hatten. Von dort oben hatte man einen herrlichen Ausblick auf die Spree und die Hochhäuser der Allianzversicherung, deren Scheiben im Sonnenlicht funkelten. Aus den Decken bauten wir eine Art Tanzfläche, denn wir wollten barfuß tanzen und dafür wäre der nackte Dachbelag viel zu heiß gewesen. Nach und nach trudelten weitere Freunde ein, denen wir telefonisch Bescheid gesagt hatten und so entstand an einem Sonntagmittag im Juni auf einem Hausdach in der Strahlauer Allee wohl eine der schönsten After Hours, auf denen ich bis dato gewesen war. Selbst eine DJ, die mittags in der Bar 25 aufgelegt hatte, kam, wie auch immer sie davon erfahren hatte, vorbei und war von unserer trauten Runde auf dem Dach äußerst angetan. Wir tanzten, tranken, zogen Speed, rauchten Kokaretten, schmissen Pillen und unterhielten uns über Gott und die Welt, wobei realistisch betrachtet in diesen Zuständen unter Gott und die Welt schnelle Themenwechsel durch verlorengegangene Fäden oder nicht richtiges Zuhören zu verstehen sind, was aber mitnichten das Gefühl schmälert, in tiefgreifende Konversationen verstrickt zu sein. Beispielgefällig? Kein Problem. Person 1 Boah, der Track ist echt geil. Zurzeit gibt es eh eine Menge richtig geiler Tracks. Könnte ich mich noch bewegen, würde ich jetzt tanzen. Person 2 Kenne ich nur zu gut. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, als ich letztes Jahr auf einer Afterhour in der WG meiner ehemaligen Mitbewohner war und Pillen suchte. Mein einer ehemaliger Mitbewohner drückte mir zwei in die Hand und meinte, Pass auf, die mit dem Taubenaufdruck ist extrem heftig, die mit dem Kirschendruck hingegen eher mild, aber solide. Ich trottel, nehme natürlich beide auf einmal. Danach kam ich zufällig ins Gespräch mit einer Frau, in die ich schon längere Zeit verknallt gewesen bin, mich aber nie getraut habe, die anzusprechen. Wir verstehen uns ganz gut, als plötzlich beide Teile auf einmal einschlagen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr, bis ich irgendwann mitten auf der Tanzfläche zu mir kam. Die Frau habe ich dann zwar nochmal gesehen, aber sie hat über ein halbes Jahr kein Wort mehr mit mir geredet. Keine Ahnung, was ich hier erzählt haben muss. Selbst nachdem sie wieder mit mir gesprochen hat, habe ich mich nicht getraut zu fragen, mit was für einem Unfug ich sie zugetextet habe. Freunde meinten später, ich hätte nur noch wirre, unzusammenhängende Sätze und Geräusche von mir gegeben, weshalb sie mich wohl für verrückt hielt. Person 1 Ha, krass! Sag, ist das nicht Gazebo von Fermont, der gerade läuft? So geil! Person 2 Ja, ist da! Super Track! Erinnert mich daran, als ich mit einer Freundin auf eine Party fahren wollte. Wir hatten jeder eine Pille gefuttert, wussten aber nicht, dass die mit LSD lasiert waren. Ich habe beim Fahren überhaupt nichts mehr gerafft und mich deshalb an die Lichter des Autos vor uns gehängt. Wir kamen irgendwo raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchten wir für die Strecke, die normalerweise eine halbe Stunde gedauert hätte, weit über zwei Stunden. Person 1 Boah, übel! Mit der richtigen Musik muss das aber auch richtig scheppern. Person 2 Auf jeden Fall! Damals, 94, im Frankfurter Omen. Kennst du noch? Da war mal Razzia. Alle schmissen ihre Pillen weg. Die Bullen haben die dann aufgekehrt. 15.000 Stück. Ich dachte mir nur, wer soll denn die ganzen Pillen fressen? Person 1 Ich glaube, meine Beine gehen wieder. Ich gehe noch eine Runde zappeln. War auf jeden Fall nett, mal mit dir geplaudert zu haben. Bist echt ein feiner Kerl. Person 2 Ja, hau rein. War echt cool mit dir. Vielleicht treffen wir uns ja später nochmal. Person 1 Geh tanzen, während sich Person 2 eine Kippe ansteckt und sich dem nächsten potenziellen Gesprächspartner oder auch Opfer zuwendet. Person 2 Hi, alles klar? Person 3 Ja klar, geile Musik, was? Person 2 Auf jeden Fall! Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, als ich letztes Jahr auf einer After-Auer in der WG meiner ehemaligen Mitbewohner war und Pillen suchte. Mein einer ehemaliger Mitbewohner drückte mir zwei in die Hand und meinte, pass auf, die mit dem Taubenaufdruck ist extrem heftig, die mit dem Kirschaufdruck ist hingegen eher mild, aber solide. Ich trottel nehme natürlich beide auf ein... Irgendwann, die Abenddämmerung hatte mittlerweile Einzug gehalten, fiel mir auf, dass Marie schon eine ganze Weile nicht mehr zu sehen war. Ich schnappte mein Telefon und wählte ihre Nummer. Hallo? Hi Marie, wo bist du denn? Ach scheiße, ich habe versprochen, noch jemanden Pepp vorbeizubringen und jetzt fahre ich gerade rum, um das zu klären. Das nervt voll. Wie, du fährst wirklich noch Auto? Klar, du weißt doch, ich trinke keinen Alkohol. Stimmt ja. Soll ich dich begleiten oder willst du das allein regeln? Hättest du echt Lust mitzukommen? Dann hole ich dich ab. Klar, ich komme vom Dach und warte unten vor der Tür. Prima, dann bis gleich. Kaum, dass ich das Haus verlassen hatte, fuhr Marie auch schon vor, hielt direkt vor mir an und öffnete die Beifahrertür. Schön, dass du mitkommst. Klaro, wir haben den Abend zusammen begonnen, also können wir auch alles Stressige zusammen durchziehen. Wo müssen wir denn hin? Zu 1,25, Marvin. Ah, okay, sagte ich in ruhigem Ton, während ich daran dachte, dass das doch einer von denen gewesen war, die mich im Cassiopeia so massiv ausgegrenzt hatten. Da musste ich jetzt wohl durch. Wir erreichten Marvins Bude und nachdem Marie einen Parkplatz gefunden hatte, stiegen wir beide aus und klingelten. Marvin ließ uns hinein und ich merkte sofort, dass er mir schon wieder misstrauische Blicke zuwarf. Aber was sollte er machen? Denn schließlich war Marie aus geschäftlichen Gründen hier und hatte mich nun mal im Schlepptau. Ein Rausschmiss meiner Person hätte einem reibungslosen Ablauf seines Anliegens mit Sicherheit entgegengewirkt, weshalb er sich zum Thema Thorson vorerst in Schweigen hüllte. Außerdem schien es ihm wohl so, als ob mich Marie wirklich mögen würde und wir quasi zusammen seien. Denn nachdem wir ein Weilchen zusammengesessen hatten und Marie der Toilette einen Besuch abstattete, beugte er sich zu mir und sagte mit fester und ernsthaft etwas besorgt klingender Stimme folgenden Satz, der eigentlich nur in wirklich beschissenen Filmen Verwendung finden dürfte und den ich noch nie leiden konnte, sondern schon immer extrem abstoßend fand. »Wenn ich irgendwann mitbekomme, dass du ihr wehtust, werde ich dich finden und dir wehtun.« »Das habe ich nicht vor«, erwiderte ich leicht verunsichert, zumal ich derweil selbst nicht wusste, was ich Marie betreffend überhaupt vorhatte und weder er noch ich ahnen konnten, dass genau andersrum ein Schuh daraus werden und sie nach dem gemeinsamen Wochenende eher mir wehtun sollte. In der Zwischenzeit war Marie wieder zurückgekehrt und hatte neben mir Platz genommen. Weder Marvin noch ich verloren ein weiteres Wort über die stattgefundene Unterredung. Vielmehr schien jetzt ein Knotengeplatz zu sein, denn plötzlich wurde er mir gegenüber wesentlich freundlicher und bot mir sowohl etwas zu trinken als auch eine Nase Speed an, was ich beides freudig zur Kenntnis und dankend annahm. Nachdem wir noch einige Zeit zusammengesessen und alles Geschäftliche abgewickelt hatten, beschlossen Marie und ich langsam aufzubrechen und auf das Dach zurückzukehren. Wir verabschiedeten uns bei 1,25 Marvin, der nicht mitwollte und machten uns auf den Weg zurück zur Afterhour, die noch in vollem Gange war, nahmen uns, dort angekommen, jeweils einen Drink und suchten nach netten Gesprächspartnern. Als in den frühen Montag-Morgenstunden nach und nach alle Gäste ihre Heimreise antraten und nur noch Tillmann, Marie und ich übrig blieben, beschlossen auch wir, das Dach zu verlassen. Allerdings war bei uns dreien weder an Schlaf noch an ein Beenden der Feierlichkeiten zu denken, zumal jeder von uns kurz zuvor noch eine weiße Herzenpille geschluckt hatte, von denen Marie im Verlauf des Wochenendes mehrfach geschwärmt und diese dann auch irgendwo aufgetrieben hatte. Komplett verspult beschlossen wir es noch einmal mit der Bar 25 zu versuchen, da am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr selbst in Berlin nicht mehr allzu viel Auswahl blieb. Tillmann war erst dagegen, da er meinte, dort an der Tür immer abgewiesen zu werden, aber wir redeten so lange auf ihn ein, bis er schlussendlich doch einwilligte. Bevor wir uns auf den Weg machten, wollte Marie allerdings noch duschen. Da es ihr jedoch schwer fiel, selbstständig zu stehen, erklärte ich mich bereit, ihr dabei zu helfen und wir gingen gemeinsam ins Badezimmer, wo sie sich auszog und unter die Brause stellte, während ich vor der Wanne stand und sie dabei festhielt. Alle waren danach der festen Überzeugung, wir hätten uns im Bad den fleischlichen Gelüsten hingegeben, was aber, obwohl ich ihr sogar beim Einseifen half, definitiv nicht der Wahrheit entsprach, zumal wir in unserem Zustand garantiert nicht dazu in der Lage gewesen wären. Außerdem hatten wir ja etwas anderes vor und das stand in unserer Prioritätenliste nun mal an erster Stelle. Nachdem Marie also mit meiner Hilfe geduscht hatte, zogen wir los, frohen Mutes, dass es diesmal mit dem Reinkommen klappen würde. Man kann von der Bar halten, was man will. Mein Verhältnis zur Bar war stets ein Gespaltenes, denn manchmal fand ich es dort so grausam, dass ich sofort wieder verschwinden musste und manchmal fand ich es so geil, dass die Heimreise als eine Option erschien, die ich niemals mehr wahrnehmen wollte. Es gibt aber Zustände, in denen man nur noch dort klar zu kommen schien, weil man das Gefühl hat, dass alle um einen rum genauso verbimmelt waren oder zumindest extrem viel Verständnis dafür aufbringen konnten. Wir hatten an diesem Montagmorgen nach drei durchgemachten Nächten definitiv dieses Level erreicht und diesmal glücklicherweise keinerlei Probleme an der Tür. Gut, Tilman wollten sie auf den ersten Blick wirklich nicht hineinlassen, aber nachdem Marie und ich den Türsterben versicherten, dass er zu uns gehörte und junge Raver-Pärchen an Clubtüren eigentlich immer gern gesehene Gäste sind, wurde auch ihm Einlass gewährt. Auch wenn Tanzen für uns keine Option mehr war, an diesem schönen Fleckchen Erde an der Spree konnten wir einfach nur sitzen und sein, was wir waren. Verbimmelte unter Verbimmelten. Gegen zehn Uhr vormittags teilte ich meinen beiden Begleitern mit, dass ich zwar immer noch nicht müde sei, aber nichtsdestotrotz langsam die Heimreise antreten müsse, da um 14 Uhr ein Zug nach Süddeutschland startete, für den ich zwecks längst versprochener Besuchsreise ein Ticket erworben hatte und es wohl besser wäre, zuvor wenigstens noch ein paar Stunden meine Augen zu schließen, um zumindest ein kleines Busy gesellschaftsfähig zu sein. Ich erntete ungläubige Blicke und nach ausgiebigem Gelächter meiner Begleiter beschlossen wir zusammen, diesen etwas länger geratenen Freitagabend zu beenden, heißt aufzubrechen. Marie und ich lieferten Tillmann, der, wie sich lustigerweise herausstellte, bei mir um die Ecke wohnte, bei sich zu Hause ab und ging zu mir. Weißt du, Marie, dass dieses Wochenende mich in gewisser Weise gerettet hat? Warum? Nun ja, ich war in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr unterwegs. Hätte ich dich nicht getroffen, wäre ich am Freitag auch unter Garantie nach ein paar Stunden wieder nach Hause verschwunden. Auf jeden Fall hätte ich es nie für möglich gehalten, mal wieder so lange auf der Piste zu sein. Das freut mich zu hören, war aber auch ein feines Wochenende. Fein? Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, das war für mich das beste Wochenende seit Ewigkeiten. Schön. Wir schlossen die Augen, küssten uns und schliefen irgendwann eng umschlungen ein. An die Produktion eines Albums hatte ich in den letzten Tagen so gut wie überhaupt nicht gedacht.